Nach Archie Schepps Tour de Force gestern Abend bei der Neuauflage von Africa Brass mit der HR Big Band versucht er sich jetzt in der kleinsten aller Besetzungen, dem Duo. Archie Schepp hat ja zahlreiche Duo-Erfahrungen mit Pianisten hinter sich, mit Horace Parlan, mit Dollar Brand, mit Siegfried Kessler, um nur ein paar zu nennen. Und er liebt diese intime, fragile Form des Zusammenspiels, weil sie ihm ganz ungeahnte Nuancierungen in Phrasierung und Soundgebung erlaubt. Mit Joachim Kühn hat er sich jetzt einen der kompetentesten Pianisten unserer Tage zum Partner erwählt. Und auch Joachim Kühn hat seine Feuertaufe im Duo mit einem Saxophonisten längst bestanden. Ich erinnere nur an seine brillanten Dialoge mit Ornett Coleman aus dem Jahr 1967. Unter dem Titel Woe Man, man kann es auch Woman lesen, haben Archie Schepp und Joachim Kühn gerade ihre erste Duo-Platte veröffentlicht, auf dem sie die hohe Kunst telepathischer Verständigung erforschen. Erleben Sie jetzt mit mir das vielleicht aufregendste Duo des zeitgenössischen Jazz, Archie Schepp und Dollar Brand. Entschuldigung, Joachim Kühn. Joachim Kühn ist besser als Dollar Brand. Applaus Herr Kühn Thank you very much. We're going to begin with a piece written by Joaquin Kuhn. It's a piece he calls Introspection. It's a piece of paper. 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 called, It's a piece of paper. It's a piece of paper.